ja da kann man den laser scroll aufladen das ist natürlich praktisch das habe ich vorher gar nicht gesehen sehr praktisch so du scheiße ja gute pose von hier drinnen dass man den fetten mal los haben und dann schauen wir weiter so specki da so kümmern wir uns um den rest von den perlern und da ist noch einer specki zwei schweine gesicht mit dem laser dinge zielt man ganz gut aber es braucht natürlich auch saft wie sau das muss man auch sagen aber kosten nutzen faktor ist okay denn ich habe ja genug von dem scheiß hier irgendwas nur da wir haben da aufgeräumt ich würde aber gerne wissen was da dahinter ist so jetzt aber oder wirklich wo man da hinkommt ist wahrscheinlich hinten rum oder so geil kann man sogar schleichen vielleicht da ist nur einer wenn man die marks wählen mit denen kann man den wegsnipern jetzt so jetzt gehen wir einsammeln schon ohne hier schöne schöne sachen eine fette wo mir gibt es auch noch aber gut die will ich eigentlich gar nicht gut dann würde ich sagen wir machen das was man soll nämlich hier rein gibt es auch noch ein bisschen was guti guti gut gut granates da haben wir wirklich aufgeräumt glaube ich so drauf da und jetzt passiert was ok ok was soll jetzt hier machen weitergehen ich überlege gerade wo ich schätze mal da rein wenn irgendetwas kommt kriegt es auf die fresse ich brauche den dicken gläser das wird sonst nichts gibt mir den dicken ich habe den glaube ich fallen gelassen aus versehen schweine dicken gläser dankeschön so und jetzt mischen wir da drin auf weg 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 ich bin da drüben richtig so dann werden wir nochmal aufladen hier beziehungsweise hier müsste eine ladestation sein schau mal kurz na da drüben ist eine aber das reicht hier auch so zeigt euch die piste oder habe ich euch alle ich habe sie scheißdreck habe ich sie boah ich muss aufladen gehen das dauert ein bisschen mit dem laser aber er macht ordentlich wumms zumindest das muss man sagen komm lad das ding mal auf dauert zwar ein bisschen aber der macht wumms der rentiert sich so ihr scheiße in die fresse okay kacken junge so dann einmal laden ihn nur auf so nehmen wir mit und dann gehen wir normal weiter wenn das schon hier ist das nützt man natürlich aus so weiter geht's der super laser ist das super hier kann man auch aufladen ja munition haben wir genug hier Aschgeige 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 down aufladen irgendwo ist was dickes merkst du doch da geht irgendwo was dickes rum mal schnell ein bisschen Rüstung hier holen da sind sie so oh nein nicht jetzt lass das fallen man boah so das packen oh von hinten du feige hanswurst da nicht mit mir kleiner von hinten kommen sie okay wir gehen uns hier wieder Rüstung holen da ist ja mehr ist genug von dem Scheiß immerhin muss man sagen wow ich dich auch oh scheiße stellt euch hintereinander das ist eine Idee dann treffe ich euch leichter danke schön an alle ihr Superstars aber nimm doch nicht immer diese blöde Waffe hier ey das ist blöd dass man das automatisch nimmt das geben wir am Piss ein bisserl so ein bisserl heal da oben ist nur so ein Scheißer Krepier wo denn sind schon blästig manchmal so jetzt geht er rauf und haut ihn in die Fresse ein und ich weiß schon wo er ist Arschgegen so Arschgegen down na wir raten na gehen wir hier mal ein bisserl einsammeln jawohl das kann man auch aufladen beziehungsweise ich glaub das ist aufgeladen nö ist nicht da mal danke an den Sponsor der Elektrizität so da drüben gibt es auch noch was so gehen wir jetzt mal runter ist ja wurscht das kann man uns schon leisten da gibt es ja genug Größter ah nicht schon wieder diese fette Kanone gibt man so ein bisschen weil bis der die weghaut ist nämlich das Problem dass man da schon halb tot ist so ich glaub wir sollen hier weiter da hoffentlich ist nicht eine Ratte dahinter meistens kriegen wir ja in die Fresse wenn wir ein Tor aufmachen schön nach oben was ist das denn oh Gott oh Gott oh Gott was ist das denn hier fuck grausig wir nehmen mal an wir sollen dann erhoben sollen wir dann auch machen schon für Überraschungen ein gutes Game manchmal den Scheißer machen wir nur blatt Dich krieg ihn aber du blonder Hosenscheiße kann ich würdich tun ich bin beschäftigt ich bin ein Berlinern den letzten Dreckfaufen zu beseitigen den Kapten Blazkowitsch vor unserer Tür hinterlassen hat ich habe ein Geschenk für dich mein Schatz wirklich ich liebe Geschenke zeigst es mir dir zeig ich doch alles was hat er uns jetzt getroffen was hat er uns jetzt getroffen ja das ist nicht gut kann man denn das Messer nehmen und ein bisschen in den Arsch schieben unter dem weislichen Typen so du Pissbacke tja scheiße wenn man gebissen wird du Wichser so tschüss Bubi im Arsch scheiße hässlich ey oh Ratten alles Ratten hier ey so das Hammer oh ich habe sogar noch meine Waffen das finde ich geil wir haben nur ein bisschen wenig Leben aber egal wir gehen jetzt weiter da wollten wir ja rauf zumindest glaube ich dass wir da hin müssen schau ich auf der Karte ich kann es nicht sagen ob wir da richtig sind aber ich werde mal weiter gehen ah der hat man sehr rum verpasst das ist ekelhaft sie fast nix ich sehe fast überhaupt nix so Aufzug Aufzug das Ding funktioniert ja auch richtig so jetzt geht es besser Halleluja so wir sollen da hin okay wow der Typ hat mich echt überrascht da schreckt man sich Leute wenn man das nicht weiß wow 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 ich kann es nur empfehlen es sei denn ihr habt schwache Nerven gut ich habe selber schwache Nerven aber macht ja Spaß wenn es nicht zu oft ist wow ho ich bin's Leute ja der Typ hat mir eine Scheiße gespritzt das ist der Typ kommt rüber wie ein bekiffter Rasterman so ich komme natürlich mit Leute wartet mal kurz was hier irgendwas ja den habe ich so manipulieren müssen weil das Ding nicht gefahren ist so Jungs gehen wir weiter was ist denn das für ein scheiß Aufzug oh kann ich das nehmen oh ok ja da kein Problem immer wieder gerne die 2mm helfe ich dir doch nach oben bei der Kniehöhe und er braucht Hilfe gut beim alten sehe ich sie ein aber nicht bei dem einen da ja ich werde dich zu entfernen ich werde dich herunter kommen ich werde dich herunter kommen ich werde dich herunter kommen ich glaube es gibt noch ein paar Pläne auf der Erde, wo die Leute gehen können ich finde einen anderen Weg komm lass los ich glaube dich auch nicht für mich und für dich ja gut der Aufzug geht nach oben das ist ja grundsätzlich nicht schlecht das Scheiße ist nur wenn du nach unten gehst Sehe ich das richtig, Leute? Nach unten schlecht? Nach oben? Okay. So, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Ich hab so das Gefühl, jetzt geht's ab. Ich frage mich nur, wohin geht. Danke, Wahnsinn. Oh. Rambo oder was? Was ist das denn? Alter, was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. In work like this, it is easy to be tempted to sense compassion. We must learn that this is pointless instinct, not fit for the master race. Oh, let's fanfuck. Oh, let's fanfuck you that too. Ah, was für ein Arschloch da. Nicht normal, der Typ. Sammelt der Gehirne, oder was? Okay, das sieht nach harten Fighters. Das gibt's aufs Maul. Das gibt's aufs Maul. Ach du Scheiße. Das ist wieder so ein Fettsack. Das ist nicht gut. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018